Ich will nicht nur fordern, dass in Deutschland abgeschaltet wird, sondern international. Das ist überall auf der Welt, diese Atomkraft, Energie, die mehr zu Flix kommen. Und an die Menschen, die hier an uns vorbeilaufen, will ich nur sagen, muss denn etwas vor unserer Haustür passieren, damit wir hier endlich aktiv werden.